hey leute und willkommen zu einer runde bad wars auf der map sturmwaffel größe 2x3 die begrüßung war scheiße denn ich habe vergessen mit mir dem turm zu sein aber sollte ja mittlerweile alle drauf haben und ja sturmwaffel ist eine neue map kenne ich nicht sind auch nur 2x3 teams ich versuche das ganze ein bisschen hinzuziehen ja wie bin ich bitte nicht so agro bin alleine ist denn los mit dir mit dem guten wassermann 2001 der jetzt gekickt wurde opfer ok hier kommt bronze vom himmel und hier ist das bett die bekämpften silber das der villager und ist hier sonst noch mal so ne ok das sieht nach der mitte aus dann bauen wir uns da mal hin damit wir einen bogen kriegen wollen bogen ist im zweier teams ding echt vorteilhaft also wirklich ja ihr kommt hoffentlich jetzt gerade direkt hinter mit neun blöcken cool dankeschön leute das weiß ich zu schätzen ihr seid echt bombe weise wenn ihr die wenn wenn wir die runde gewinnen haben wir es euch zu verdanken auf jeden fall ach shit das nein alter ich habe gerade 26 der gut sich leute baut euch doch erstmal in die mitte ihr penner das ganze equip bringt euch alles nichts wenn ihr wenn die anderen bogen haben und euch die ganze zeit runter schießen wieso behinderte so freunde du kriegst hier schickt keinen bogen den ersten bogen krieg ich gefälligst jetzt haben die die er schlägt mich einfach gar nicht was ist denn los mit ihm tschüss so machst du gut nee ok ein gold habe ich hier kann mit dann gerade noch so eins rum hier vielleicht ja auch noch joh tut es tatsächlich ja ihr vollekrypten ach ihr geht jetzt direkt das bett kaputt mal das tut mir ein bisschen leid ich wollte die runde eigentlich ein kleines wenig ein kleine ein kleines bisschen länger halten die geht erst zweieinhalb minuten und die machen schon das bett kaputt hoffentlich wird er gekickt können ich den bitte macht es wird nicht kaputt bitte nicht oder bitte 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 nicht ich bitte dich so der ja ok er macht es kaputt it's too boring zweimal drei euro sind too easy in mann wurde er getötet das ist schon mal etwas gutes ich habe extra das bett ich bin extra überhaupt nicht in die nähe von denen gegangen um nichts von denen kaputt zu machen man aber jetzt ist natürlich das verlangen da ein paar kills zu machen und dann das wäre so lustig hätte ich ihm den killer jetzt in der luft abgesnackt aber wenn das so ist dann müssen wir die jetzt hier alle sowieso killen und dann macht das lieber ich anstatt ihm hier im kill woher hat acht die waren ja schon in der mitte hast du recht so und dann bist auch du weg doch nicht er hat überlebt der kleine zigeuner ein kleiner schlinge aber den hole ich mir schon ok nein er stürzt sich in den tod oh shit die runde ging so schnell zu ende da muss ich noch eine hinten dranhängt das heißt wir sehen uns gleich wieder wenn ich in der nächsten runde bin bis gleich und da bin ich auch schon wieder fack ich drücke gerade alle tasten außer die richtige so da bin ich auch schon wieder bei der nächsten runde vier mal vier paluten auch eine neue map habe ich auch noch nie doch habe ich wohl gespielt hat so silly aber noch nicht aufgenommen also jetzt das erste mal premiere für euch von little psychos firma viel heißt wenn wir uns bei mit eine gute runde sonst dauert es länger was ihr ja feiert aber aber ab moment ok erstmal wieder orientieren ok ich kenne sie wieder auswendig sehr gut rechts ist eisen anordnet oben ist das bett ok ich bin ready let's go zehn blöcke habe ich nur noch die kriegen es alle irgendwie nicht gebacken einfach direkt ach guck mal an der stefan haha der gute junge war eigentlich auch schon gerade in der runde irgendwie genau i don't know irgendwie kenne ich seinen namen irgendwo ja ok ja dann nehmen wir uns mal die und dann hier von was damit das ganze hintereinander so ungefähr in zehn minuten video wird müssen wir kommen macht bitte stefan bau weißt du ach komm nein nein hier so wie bei euch oh gott oh gott das hast du ich kann besser von der anderen seite bauen irgendwie fällt mir das leid auch mein gott das habe ich jetzt nicht verdient mit so einem team hier zu arbeiten wenn du mich durchlässt ist dein bett so gut wie futsch dankeschön ok das ist da oben im palutenkopf drinne guck mal da ist so ein hässiger kürbis falsch rum seht ihr das oben rechts im palutenkopf nein ha ihr noobies boah alter da konnte ich mir wo wir haben wir bügel wir haben zwei bügel leute lol wir gewinnen das ja sogar eine runde mit einem team wo ich mal wo wir wo wir wo wir sachen haben serious auch er ist so dumm er rennt einfach runter ok den rest mach schon ich die wollen schon so ein bisschen bieferner schon so ein bisschen na shit 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 boah alter da war kurze konzentrationsphase da habe ich nichts geredet ich hoffe es macht euch nichts aus meine lieben freunde so ok ich muss ich habe hier direkt straffen zeitplan meine freunde das heißt es geht direkt weiter zeit für pausen gibt es hier nicht wo ist der boy da shit er hittet mich gerade hat am ende doch noch eine combo kassiert die ihm dann den tod bedeutete ein bogen ist ganz praktisch da kann ich dir mal runter schießen gar nicht mehr deswegen jetzt guck mal hier ist der kürbis nicht anders das ist ein fehler ich habe einen fehler in der map entdeckt ich bin ein genie leute ich bin einfach ein genie torm du 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 was verstehe ich nicht ist mm irgendeine abkürzung die ich nicht kenne oder so bin ich da nicht so ganz auf dem neuesten stand i don't know i really don't know so ok kommst du mit einer spitzhack in unsere base ich komme jetzt noch mal dann ist eure bed kaputt also ich will dir keine große fresse haben nein man ich sollte keine große fresse haben ok ok sie wollen es wissen leute sie wollen es wissen sie schreiben ohne russi ok herausforderung ach fuck herausforderung angenommen so ich habe einmal das schlimme vergehen gemacht dass ich tatsächlich leute lasst mich doch bitte zu lasst mich doch zu blau ihr weißt du ich würde solche leute einfach ich würde die verfolgen und wenn die zum anderen team gehen würde ich die einfach durch lassen es wäre mir scheiß egal ob die dann einmal durch die mitte müssten ich verstehe ich verstehe es einfach nicht ich will mich jetzt nicht außenrum zu dem bauen das ist lächerlich nur weil die in der mitte denken dass sie cool sein müssen und jeden töten der ach kollege komm ich bitte dich dann habe ich auch keinen bock mehr pass auf sergeant nur geh macht das schon wieder keinen sinn mit dem hässlichen grün da man es ist echt lächerlich es ist lächerlich ich komme einfach nicht durch das ist echt witzlos danke idiot das hat er von seinem ganze ich bekämpfe ein team die ganze zeit bis ich sterbe mein gott das ist doch schon wieder richtig ja komm schießt mich weiter ab juck dich nicht was das andere team macht ne die haben gerade dein bett zerstört alter er versteht einfach nicht er bekämpft einfach die ganze zeit ein team kann man den hässlichen kann man den jungen typen mal töten dankeschön mach doch mal komm tötet ihn mal jene einer ernst die du bist doch so ein ernster ne okay der war richtig schlecht aber gut anderes thema okay jetzt geht es hier ab er hat es nicht gecheckt dass ich gerade dabei war sein zu seiner base zu gehen ähm ich werde das eh nicht schaffen weil das ja die übelsten pvp pro sind und ich habe ja nur eine spitzsacke ohne rüstung na gut ähm ist halt nicht machbar für mich so lächerlich kommst mit ner spitzsacke hier rein ohne rüstung lächerlich idiot ne mit ner spitzsacke ohne rüstung ach shit add ah so mhm gut mhm haben wir immer kurz äh ein bisschen gegeben ne muss man ja schon sagen so this in hier okay wir sind die einzigen mit dem bad das ist schon mal eine gute ausgangsoption ja ausgang ne ausgangsposition ja komm box mich oooohh da ist er down da ist er down tja ich dachte ich krieg den kill noch ne ne da hat der tm mich noch das war der der eben so ausgerastet ist weil ich mit äh wieso bin ich gerade einfach in so einem richtigen übelsten bedrusher äh equip losgezogen ich sollte lieber das übelste okay es ist das gleiche nur ohne spitzsacke also es ist kein bad rusher equip äh es ist ja ein rusher equip ähm und damit kannst du auch so welche boxen wenn die beef wollen ha habt ihr verstanden so da hinten lebt nur noch ein elofiz der hat 2z im namen das ist übrigens jetzt besser als wenn man 2x im namen hat weil das sind dann die richtigen pro gamer die z im namen haben einmal kurz reingucken ne hast kein schwert da da musst du halt ach so jetzt oh er ist nicht auf die idee gekommen in den wasserfall zu springen ach komm ich geh sterben hab keinen bocken auf dieses leben ui da schwimm ich doch nie mal da schwimm ich doch nicht hoch das ist ja so 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 das mach ich nicht ne ach nö jetzt ist er alleine oh doch so ist das halt ne so diesmal nehme ich auch eine spitzsacke mit weil der wird wahrscheinlich ein bisschen den muss man vielleicht aber ein bisschen auf die fresse geben oh er ist schon tot gg ähm ja leute das waren insgesamt jetzt eine viertelstunde also ein schöner Park muss ich sagen zwei schniekerungen also wenn ihr wenn es euch gefallen hat auf zwei neuen maps die ihr noch nie gesehen habt lasst eine positive bewertung da ähm wenn ihr mehr sehen wollt lasst eine positive bewertung da schreibt es mir in die kommentare und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder heute rein und ciao